Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die Buchstaben eines Wortes ordnen. Ich hoffe du magst es! Welle Forelle Kräftig Arzt Ehemalig Zukunft Klaue Springen Verrückt Elf Migrant Schnecke Soldat Betrug Gut Tud 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 Uhr Wischen Oster Madalit Schach Schenken Schach 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 Befehl Detektiv Sausiere Walros Komödie Zahnarzt Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!